Herzlich Willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Ammersreiter. Viel Spaß! Hi Leute, hier ein neues Rätsel für euch. Das könnt ihr jetzt durchdenken oder am programmierten Klavier spielen. Wer jetzt nicht weiß, was das sein soll und nur Bahnhof versteht, der muss noch mal ein oder zwei Videos zurückgehen und sich angucken, wie es funktioniert. Allen anderen viel Spaß beim Enträtseln. Übrigens ein Tipp, probiert es doch auch mal, ohne zu spielen, euch nur im Kopf vorzustellen. Es soll Leute geben, die das auch ohne Tasten rausbekommen. Viel Spaß beim Knobeln!